Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Xur Review am Freitag, den 22. Januar 2016. Wir stehen heute nicht vor verschlossenen Türen. Wie immer, Anglos mit dabei. Guten Morgen, Anglos. Jo, moin moin. Wäre noch schöner, wenn der Tor mal zu wäre. Naja, ich sehe da so ein mögliches Tor, was zu sein könnte hier. Bei den Fotos, wenn er... Nee, das sieht nicht so aus, als würde das hier zu gehen. Aber nur so ein kleiner, schöner Torbogen. Und ja, wir schauen uns wieder sein Inventar an. Und wir schauen uns an, was er dabei hat, logischerweise. Und was wir euch da empfehlen können und was nicht. Und ich glaube, die Tür 44 Abseits hatte er noch nicht dabei. Oder? Hatte er die schon dabei? Ich glaube nicht, ne? In der alten Variante glaube ich schon mal. Ja doch, früher schon. Ja, früher schon, klar. Aber die neuen, Jahr 2, Jahr 2, hatte er gleich noch nicht dabei. Nee, nee, die noch nicht. Die versiegelten Hamkarergriffe hat er, glaube ich, auch... Hat er nicht am Wochenende ein Stil dabei gehabt? Die und möglichen Maschinen. Und das Titan-Item, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber ich hatte auf jeden Fall... Oder hatte der einen Arm-Engram dabei? Bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich hab die auf jeden Fall ganz auch. Ein Handschuh-Engram war's. Ein Handschuh-Engram war's. Glaub ich ja, ja. Er hat auch Helme dabei gehabt, oder? Für den Jäger, war das? Nö, ich weiß nicht mehr. Entweder hat er die Arme dabei gehabt und Helm-Engramme. Ich glaube, er hatte Helm-Engramme dabei. Über den Himmelsbrenner-Anhang, den hab ich, glaube ich, gezogen. Mhm. Glaube ja. Also ich glaube, er hatte die Arme dabei und hatte Helm-Engramme dabei. Okay. Und dann haben wir halt noch den Widder für den Warlock. Wir fangen natürlich ganz links an. Auf und Titan, die Typ-44-Abseits. Disziplin 43 geht bis auf 61 hoch. Stärke 43 geht bis auf 61 hoch. Und dann haben wir als erstes Perk. Sei woanders. Erhöht die Dauer von Schulterangriff und bietet einen engeren Wendekreis beim Sprinten. Das ist auf jeden Fall eine neue Fähigkeit dazu gekommen. Definitiv. Das finde ich jetzt lustig. Frage ich mich, wie sich das spielt. Mit dem engeren Wendekreis. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Ab und zu hat man mal früher Titan damit rumlaufen sehen. Also den haben wir noch nicht gehabt. Da haben sowieso die meisten Striker gespielt. Wegen der Chaos-Faust und wegen des Schulterangriffs. Weil das schon Leute ziemlich abfacken konnte. Der Striker wird ja jetzt wieder viel gespielt. Aber ich glaube, die meisten nehmen lieber eine Heilrüstung mit für eine zweite Blitzgranate. Ja. Ja. Also ein komplettes Speed-Setup und dann noch einen engeren Wendekreis. Damit du nicht nur eine längere Dauer hast, sondern das auch nutzen kannst. Wenn Leute mal sich an dir vorbeirollen oder vorbeiporten. Ja. Das ist schon. Zum Beispiel mit Mieder-Multi-Werkzeug, das da jetzt wieder sehr angesagt ist. Mhm. Da könnte man mal so ein Speed-Setup ausprobieren. Und mal schauen, wie sich das so spielt mit dem engeren Wendekreis. Auf jeden Fall ist es wieder etwas, das den Stürmer unterstützt. Ein bisschen mehr finde ich gut. Könnte auf engeren Maps sehr interessant sein, wenn man jetzt zum Beispiel bei Drifter irgendwie durch die Tunnel läuft oder sowas. Man sieht den Titan ja nicht sofort, wenn er irgendwie durch einen kleinen Gang kommt. Und dann kommt er einfach um die Ecke gelaufen, kriegt diesen engeren Wendekreis hin und gibt ja trotzdem den Schulterangriff. Weil sonst hatte man immer das Gefühl, wenn die Ecken zu spitz waren, dass man mit dem Schulterangriff teilweise daneben geslidet ist. Genau, genau. Ja. Und ich hoffe, dass sich das nicht dann irgendwie so unnatürlich anfühlt. Dass du dann auf einmal so richtig engeren Wendekreis bist. 90 Grad so, bam. So, flupp. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Aber okay, wir haben ja noch drauf, dass die Scharfschützengewehr, Munition oder Raketenwerfer-Munition, eins von beiden, könnt ihr euch dann ausheben, beziehungsweise halt noch Disziplin stärker erhöhen. Also ihr könnt mehr Scharfschützengewehr-Munition oder Raketenwerfer-Munition tragen. Und dann noch Arcus-Doppelkill, erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem Arcus-Doppelkill. Ui. Das ist auch nicht verkehrt. Also das passt sehr gut zu... Zum Striker. Zum Striker. Wenn ihr dann noch mit der Chaos haust, dann hier nochmal zwei Kills landet. Und dann habt ihr nochmal schnelle Agilität, könnt dann an den nächsten ranzspringen, sprinten, Schulterangriff ran. Also das fügt sich so ganz gut zusammen. Auf jeden Fall. Passt sehr gut. Ist auf jeden Fall interessant. Muss ich echt sagen. Wahrscheinlich werde ich mir die holen und dann tatsächlich mal ausprobieren. Mit Schmelztiegel. Obwohl ich nicht so viel Titan spiele. Ich finde es gut, dass sich einige Items nochmal selber nachgeschaut haben, was man da noch verbessern kann. Dann einfach mal ein paar neue Fähigkeiten dazu gebastelt. Ja. Auf jeden Fall. Bisschen schade, dass sich das größtenteils eigentlich nur auf die Rüstungsteile beschränkt. Ja. Sie ist die einzige Waffe, wo sich was verändert hatte? Bisher schon. Okay. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber trotzdem cool, dass wir dann so neue Features mit drin haben. Und ich werde es definitiv ausprobieren. Ich finde es interessant. Ist halt rein was für PvP. Ich weiß nicht, ob der Schulterangriff jetzt großartig sinnvoll ist im PvE. Es sei denn, ihr habt die Wanderfalken bei entschieden. Die es ja auch in der J2-Version gibt. Die dann diesen massiven Schaden machen. Gerade wenn ein Prügler als Modifikator aktiv ist. Und der umstripe. Aber ansonsten sehe ich für den Schulterangriff, für die verlängerte Dauer jetzt nicht so wirklich. Nee, man ist ja jetzt mit dem Strike nicht so viel am Sprinten da dauerhaft. Und wenn, dann halten die dicken Gegner natürlich auch so einen Schulterangriff mal locker aus. Du kannst ja nicht einfach one-hitten damit. Geht ja nicht. Ja. Außer beim Prügler. Ja, genau. Vier Stück und Varus Taug ist umgefallen. War schon sehr lustig. Über 40.000 Damage bei so einem Stück normalen Major. Der war einfach one-hit weg. Bäm. Und das war schon cool. Schon eine sehr, sehr coole Sache. Ja. Also wenn ihr PvP-Spieler seid. Und ihr habt ein paar mehr Mützen dabei als ich hier gerade auf meinem Titel. Dann könnt ihr die tatsächlich mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall. Könnte sehr, sehr, sehr spaßig sein in Rumble-Modus. Wenn man da schön rumlaufen kann. Ja, definitiv. Dann müsst ihr eh in Bewegung bleiben. Nicht Campen, Leute. Nicht gern gesehen. Und ja. Holst ihr euch mal. Wenn ihr viel PvP spielt und testet es aus. Schreibt eure Erfahrungen mal dazu runter in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal in einem Gramm bekommen. Oder irgendwie über drei der Münzen. Logischerweise dann auch aus einem Gramm. Aber ja. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht. Schreibt es mal runter in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Wir gehen dann weiter zum Jäger-Item. Zu den versiegelten Ahamkar-Griffen. Haben Disziplin und Stärke drauf. Geht von 31 Disziplin auf 44 hoch. Und von 29 Stärke auf 42. Gewinne zusätzliche Nahkampf. Oh, okay. Warte mal. Lass mal rein. Albtraumstoff. Du hältst eine zusätzliche Nahkampfladung. Bei Nahkampfschaden hast du die Chance auf automatischer Nachladung deiner Primärwaffe. Disziplin erhöhen, Stärke erhöhen. Springmesser. Vergänglich die Nahkampfabklingzeit. Einschlaginduktion. Bonusgranatenergie bei Nahkampftreffern. Und Pistolen-Nachlader oder den Raketenwerfer-Nachlader. Auf jeden Fall. Ja. Es ist auch so ein richtig vielseitiges Item, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ihr kriegt nochmal einen zusätzlichen Nahkampfangriff. Das kann jetzt halt nochmal ein zweites Wurfmesser sein. Steckt sich ja nicht auf drei hoch, genauso wie bei den Granaten, oder? Nein. Immer nur zwei, Maximum. Immer nur zwei. Dafür könnt ihr dann andere Sachen mit den Wurfmessern machen. Also ein anderes Perk anwählen. Beim Wurfmesser nehme ich ja gerne Messer-Jongleur. Dass, wenn man einen Kopftreffer macht, lädt sich das automatisch wieder auf. Ja. Dann hat man das eigentlich immer. Und hier hast du zweimal. Kannst auch zweimal hintereinander einen Headshot machen mit dem Wurfmesser. Dann hast du es immer wieder aufgeladen. Immer zwei. Kannst also die ganze Zeit mit Wurfmessern rumschmeißen, wenn du es gut hinkriegst. Im PvE klappt es sehr gut gegen Leibeigene. Da lädt sich das Ding eigentlich immer wieder auf. Weil man, das ist so nicht schwierig, einen Leibeigenen am Kopf zu treffen damit. Ja. Einfach das Fadenkreuz auf einer Höhe, auf Kopfhöhe positionieren, werfen. Und die kommen alle angerannt. Und dann kannst du werfen, werfen, werfen. Und dann kippen die alle um. Das ist schon sehr lustig. Ja. Gerade früher als bei den Beutelzügen von Aris. Wo man diese 15 präzise Kills mit dem Wurfmesser machen musste. Das ging so schnell einfach mit dem Jongleur. Wenn ich runter ins Kosmodrome habe, habe dir ein paar Leuten das Wurfmesser in den Kopf geworfen. Fertig. Ja, das ist eine Variante mit dem Revolverhelden, dass du da gut mit dem Wurfmesser arbeiten kannst, weil du hier einfach zwei hast und kannst dann halt noch ein anderes Perk nehmen. Aber auch bei anderen Fokussen von dem Jäger ist das Ding super. Auch für den Momentschlag. Hast du zweimal den Momentschlag und kannst dir da was reinhauen. Da kannst du zum Beispiel den nehmen, der von hinten One-Hit macht zum Beispiel. Den erhöhten Schaden. Oder schnelles Zucken würde ich jetzt nicht empfehlen. Der lädt sich so schnell auf. Da ist das vielleicht eine Verschwendung. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hier hast du ja auch noch Springmesser drauf. Ferien hat die Nahkampf-Aplinkzeit auch noch. Ja, das ist so eine böse Kombi auf diesen Handschuhen. Also ich habe die, ich habe sehr, sehr gerne, also immer von meinem Himmelsbrenneranhang, weil ich damals keinen anderen Exo-Helm hatte, also nicht die Gravitation-Booste, habe ich immer auf die versiegelten Hammerkarergriffe im PvP gewechselt. Ja. Ich war damit eigentlich immer sehr zufrieden. Ich habe dann sehr viel mit dem Bogen gespielt und habe dann halt einfach zwei von den Rauchbocken gehabt. Ja. Da habe ich dann entweder zweimal unsichtbar machen oder zweimal Giftrauch werfen. Das war schon auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr praktisch. Genau, das ist halt für jeden Fokus wirklich ein richtig gutes Item, was, ja, wie gesagt, wie ich schon angesprochen hatte, vielseitig ist. Das ist nicht wirklich beschränkt auf irgendeine Sache. Du kannst das mit allen Spielen, Klingtänzer, Revolverheld, Nachtpierscher, alles. Und das ist bei allem gut. Definitiv. Definitiv. Nicht überlegen, auch mehr so nur PvP oder gibt es dann auch ein paar Einsatzmöglichkeiten im PvE? Na, zum Beispiel die Leibeigenen da schnell wegzumessern. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja, gut, klar. Im Raid ist es teilweise noch für einen Jäger sehr angenehm, wenn man sich ab und zu mal unsichtbar machen kann mit den Rauchgranaten. Ja, das stimmt. Auch bei Oryx, wenn du auf der Plattform stehst und musst die halten und wärst dann von den Seiten vielleicht irgendwie von Mobs angegriffen, schnellen Rauch auf dem Boden, unsichtbar bis in Sicherheit. Und so hast du einfach zwei, hast du also doppelte Sicherheit, wenn du dann die Oryx-Challenge machst, wo Sterben dann immer richtig nervig sein kann. Wäre also da auch eine Einsatzmöglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Also, die finden, die sind so unglaublich vielseitig, dass man die eigentlich auf jeden Fall als Jäger im Repertoire haben sollte. Die solltet ihr, darauf solltet ihr zugreifen können. Ich hab sehr, sehr gern mit denen gespielt und tue es auch immer noch. Und ich glaub, auch damals, auch als es einen Hardmode noch nicht gab, hab ich das immer wieder genutzt. Kriegspriester, wenn dann so eine Säule war, einfach um mich unsichtbar zu machen. Um mehrfach mich unsichtbar zu machen. Wenn dann mal einer gepennt hat und nicht auf die Plattform draufgekommen ist und der Kerl dich dann anschaut, kannst du auch mal schnell weggebombt werden. Genau, ja. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, da könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Gute Handschuhe, ruhig kaufen. Ansonsten noch was dazu? Zurück nach der Ahamkara Griffen oder können wir zum Wider übergehen? Also die Ahamkara Griffe sehen auch noch ziemlich cool aus, weil man hat auf beiden Seiten als Jäger dann mal wenigstens eine optische Veränderung. Und nicht nur einseitig, wie das ja sonst immer so ist. Das ist auch noch eine nette Nebensache so. Ja, auf jeden Fall. So, der Widder. Das ist der Warlock-Helm. Der muss ich mal... Warte mal. Der Widder. Nicht, dass ich die da vertausche. Der kam mit Haus der Wölfe. Ja. Okay. Okay. Bete mich an. Ja, darüber werde ich mir das jetzt merken. Bete mich an. Ich komme mal mal durcheinander bei den beiden Helmen. Der Widder. Also, hat Stärke 59, geht auf 74 hoch. Und als Perk hat er drauf. Stärke des Witters. Verstärkte Rüstung. Jeder Nahkampftreffer mit Leere Läufer löst Lebensraub aus. Disziplin erhöhen oder Stärke erhöhen. Und praktische Anlage. La keine Dunkelheit mit Nahkampf-Kill zu beseitigen gewährt Bonus Superenergie. Oder Sündeswandel. La keine Dunkelheit mit Spezialwaffen-Kill zu beseitigen gewährt Bonus Superenergie. Und Infusion. Stellt jedes Mal Gesundheit wieder her, wenn du eine Lichtsphäre aufhebst. Ja, ja. Der Widder. Eigentlich ist er immer noch ein sehr beliebter Helm. Eigentlich schon, oder? Man sieht ihn nicht mehr so häufig wie früher. Früher war es extremer. Also bei den Prüfungen von Osiris, als damals das Ganze bei Haustürwölfe gespielt worden ist, da hat man ihn eigentlich sehr, sehr häufig gesehen. Ja, die wollten damals halt den Dorn entgegenwirken, weil man hat damit halt zwei Headshots vom Dorn und Gift überleben können durch die erhöhte Rüstung. Und deswegen wurde er damals mehr gespielt, weil die Dorn halt so verbreitet war. Ja. Aber man muss ja eigentlich auch jetzt mal schauen, wenn man diesen Helm trägt als Warlock, plus dann noch ein Rüstungsteil, ein Brustteil, was einem die Rüstung auch noch erhöht, wenn man einen speziellen Fokus benutzt. Es gibt ja mehr Rüstung, wenn du einen leeren Fokus benutzt oder Solarfokus, solche Items gibt es ja. Wenn man das noch in Verstärkung mit dem Helm hat, müsste doch der Warlock dann den höchsten Rüstungswert im Spiel haben, oder? Das muss ich mir überlegen. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte aber nicht der Fall sein. Rüstungsteil plus den Effekt dann. Mehr Rüstung bei leeren Fokus plus den Helm. Das müsste er schon ziemlich viel aushalten können dann, auf jeden Fall. Auch in dem Strike. Wenn man wieder entflammen und so an ist. Bin ich gerne an der Idee, ob das einfach nur auf diesen Rüstwert im Fokus geht. Oder ob das einfach nur eine generelle Rüstwerterhöhung ist. Wenn es im Fokus tatsächlich das nur das ist, könnte man ja dann eigentlich auch so ein bisschen rumspielen und Sachen ausgleichen, dass du alle Sachen weiter hochbringst. Dass du deine Rüstung ein bisschen erhöhst. Dass du trotzdem immer noch sehr gute Regeneration und Agilität hast. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall war das ein sehr, sehr nerviger Helm. Das war doch der Widder. Ich weiß nicht. Ach, wie hieß die Wett nochmal? Der hatte sich Nexus im Stream so aufgeregt. Dieser scheiß Widderhelm. Da hat er den mehrfach angeschossen. Der Case ist einfach nicht down gegangen. Und er hat gesagt, dieser scheiß Widderhelm. Richtig, Alter. Da hat er mal geflucht. Ja, plus noch das Wiederbelebungsschild. Deswegen konnten die Warlocks da einfach rein, wiederbeleben. Hatten dann noch das Wiederbelebungsschild. Und du konntest sie dann mit einem Headshot nicht töten. Ja. Mit einem Snipergewehr, ja. Ah, ich glaube, die Situation war das. Da hat er noch drauf, auf den Geist gehasst, glaube ich, der wurde wiederbelebt. Genau. Er schießt ihn an, gibt einen Headshot und er stirbt nicht. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr nerviger Helm. Auf jeden Fall ist er effektiv. Das kann man dazu sagen. Er ist sehr, sehr effektiv. Und, ähm. Ja, ich meine, gerade heutzutage, wenn man Osiris spielt, jeder kennt die Situation. Du wärst wiederbelebt und wärst dann gleich wieder vom leeren Blick gekillt. Und damit kann man entgegenwirken. Du überlebst einen Schuss dann danach. Ja. Das ist schon nicht verkehrt, ne. Also, wenn eure Team gerade nicht in der Lage sind, da euch zu schieben nach dem Wiederbeleben, ähm, da ist der echt Gold wert. Ja. Da kann er euch dann auf jeden Fall auch mal so eine Runde retten. Und, naja, die erhöhte Röstöhrung, äh, die ist mit Sicherheit auch im PvE nicht verkehrt. Wobei es da andere Items gibt wahrscheinlich, auf die ich eher zurückgreifen würde. Also, mit ordentlichem Movement solltet ihr damit, äh, braucht ihr den, glaub ich, nicht im PvE. Aber im PvP könnt ihr mit den Gegnern schon ziemlich auf die Nerven gehen. Ja, man ist schwer, äh, zu töten auf jeden Fall. Aber man muss trotzdem, wenn man den dann benutzt, ähm, im Fokus die Rüstungsskillen auf so viel wie möglich, damit man dann diesen, diesen Headshot überleben kann. Genau, genau. Also, passt euch da auf jeden Fall an. Also, passt die Rüstung an, sodass ihr das Maximale mit dem Helm hier rausholen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und, äh, dann könnt ihr auch diesen Helm euch definitiv zulegen. Ähm, ansonsten haben wir nur noch ein exotisches Brustengramm, wo ihr mit Glück verschiedene Sachen rausziehen könnt. Und Tarantella-Brust hat, äh, Angelus vorhin rausgezogen, hat er mir gesagt. Jupp, heute Morgen schön gekriegt. Ja, da bin ich auf jeden Fall nahe. Ja, ich hab mir schon ewig keine, ewig keine Engramme mehr gekauft, weil ich einfach nicht dieses unglaubliche Lack habe, da Sachen rauszuziehen. Es hat auch letzte Woche einer unter das Xur-Review gepostet, er hatte sich sechs Engramme gekauft und hat dann fünfmal den himmlischen Nachtfalk, glaube ich, rausbekommen. Der auch noch an dem Tag verkauft worden ist. Und habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, wie kann man bitte so ein Pech haben? Aber okay. Ich hab die Tarantella auch gerade an mit 119 Intellekt. Ja, das ist ein brutaler Wert. 119 ist schon, das ist schon krass. Ich weiß gar nicht, wo die obere Grenze liegt bei der Brust aktuell, aber 119 ist schon ziemlich viel. Ja. Auf jeden Fall waren das die drei Items, die heute im Angebot waren. Oder noch sind. Ja, waren noch, sind. Sind natürlich da nicht so, als würde Xur schon weg sein. Aber heute Abend geht es wieder weiter mit Prüfung von Osiris. Deswegen die Glück an alle da draußen, die wieder versuchen, den Leuchtturm zu erreichen. Ab nächster Woche, Dienstag, geht es dann ins Eisenbanner. Diesmal aber im Rift-Modus. Kein Kontrolle und auch kein Konflikt, sondern Rift-Modus. Und nicht die Woche darauf, oder doch, die Woche darauf. Ne, der 9. Am 9. Februar geht es dann weiter mit dem Valentinstag-Event, den Crimson Days. Bis, wie das Ganze da aussehen wird. Da gibt es einen neuen Spezial-Modus 2 gegen 2. Da bin ich auch mal gespannt. Und nähere Infos dazu gibt es dann nächste Woche Donnerstag. Beziehungsweise Donnerstag auf Freitagnacht. Von daher verabschiede ich mich an der Stelle. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Viel Spaß dieses Wochenende Destiny. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, von mir auch. Schönes Wochenende an alle. Und ciao, ciao.